Servus Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Heute das ganz wichtige Spiel gegen Union Berlin. Union steht auch unten drin, genau wie wir. Es sind nur noch vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Bochum hat am Freitag seine Hausaufgaben gemacht und damit sind drei Punkte heute eigentlich Pflicht. Ich will auch nicht viel zu viel rumlabern, wie immer. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, einen netten Kommentar da zu lassen und zu liken. Würde mich riesig freuen, auch wenn ihr das Video teilt und damit ab ins Stadion. Vielen Dank. Ich will auch nicht viel zu abonnieren, wie immer. Ich will auch nicht viel zu abonnieren, wie immer. Ja, ich schlöne, Schattel, auf die Eck von Prüdern. Wo ist ja auch der Windig, denn wo ist ja auch Schattel. Ich schlöne, Schattel, auf die Eck von Prüdern. Wo ist ja auch der Windig, denn wo ist ja auch der Windig, denn wo ist ja auch der Windig. Ich schlöne, Schattel, auf die Eck von Prüdern. Wo ist ja auch der Windig, denn wo ist ja auch der Windig. Und gehen im Spiel. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Applaus 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 Amen. 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 So Freunde, ihr seht selber, Spiel ist vorbei. 0 zu 0. Gladbach wird ein Punkt gegen Union. Ja, sehr enttäuschendes Spiel, nicht viele Chancen. Union hat sogar die besseren gehabt mit dem Lattenschuss von Volland, den ich leider nicht drauf hab. Und noch der Riesenchance, wo der Unioner frei vom Tor vergibt. Also da können wir echt noch mit dem Punkt zufrieden sein. War schon ein sehr großer Angsthasen-Fußball von unserer Seite aus. Immer wieder nach hinten gespielt, kaum mutige Aktionen mal im Offensivbereich, kaum Abschlüsse. Da muss ich echt was tun, ansonsten wird es noch eine ganz, ganz schwere Saison. Es sind nur noch ein paar Spiele, da müssen wir jetzt liefern, egal wie. Wie wir spielen, spielt da auch keine Rolle. Ergebnis ist nur wichtig. Und damit würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Vlog, bis zum nächsten Spiel. Vergesst nicht zu abonnieren und einen netten Kommentar dazu lassen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder eine schöne Restwoche, je nachdem wann ihr das Video guckt. Und bis demnächst. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.